Jau, der Neunte! Langsam fühlt sich doch unser Himmel schon ganz gut, ne? Aber es sieht leider nicht aus wie Sterne. Sterne werden hübscher. Es sieht aus wie solche Schneebälle, die die Pferde geworfen wurden und für immer am Himmel kleben geblieben sind. Scheißnaufig. Es ist so dann für die Leute, die noch heliozentrisch denken, oder wie ist das nochmal? Ich glaube, das war das richtige Scheiße. Keine Ahnung, was ist der Neunte? Tag 9. Memory. Dieses Spiel ist ein offizielles Weihnachts-Polöpiatenspiel. Also streng nicht an. Habt ihr euch schon alle Weihnachtsgeschenke? Das ist mir jetzt so peinlich. Ich habe noch nicht alle Weihnachtsgeschenke. Ich habe null Schimmer, was das für ein Spiel sein soll. Und wie es geht, weiß ich auch nicht. Es heißt Memory. Was kann das nur sein? Jeder kennt das nicht. Aber dieses Schiebespiel kennt ihr, ist klar. Ja, ja. Komm schon vorher dann. Das wäre auch geil. Okay. Geschenke. Ein Huhn. Ein Huhn. Oh, Forstie, fies. Oh. Lack. Ein Huhn! Ein Huhn! Das ist doch ein Huhn, oder? Sehr süß! Guck mal, ich habe einen Huhn. Ist doch hässlich. Ja! Ah, Schäfchen! Schäfchen und ein Buch. Ein Haus und ein Buch. So. Schäfchen. Hier. Hier geht voll klar. Oh, das hatten wir noch nicht. Das war ich... Nein, hier, genau. Und jetzt haben wir das hier, das war das. Und das, das. Ich mein, besser geht's doch gar nicht. Voll geil! Und nur 67? Wir haben das Beste verdient, ja. Hm. Wollen wir das nochmal mit Schummeln machen? Was ist das denn mit Schummeln? Ich glaub nicht, dass die Karten sich verändert haben. Oh, meins! Oh! Ja! Okay, okay, lass mal ausprobieren. Das wär ja mies. Ach, weißt du, nur noch alle? Nein. Das ist mir jetzt so peinlich. Buh. Buh. Ja. Ach, das hat sich geändert, oder? Ja, doch, es hat sich geändert. Scheiße. Oh nein, so einiges. Jetzt hab ich natürlich ne Durre-Kleine-Folge geöffnet. In der letzten Runde hatte ich so viel Glück. Wie soll man das jetzt hinkriegen? Ach, scheiße. Da, nein. Fuck, machen wir zurück. Nochmal von 0. Ich glaub, ich hab einfach nochmal Start rum. Egal. Jetzt kann ich STRENgefäßIR mit zu Clemen. Heute geht es um Pumpen. Memory, komm. Seine Kinder können das richtig gut ne! Die haben sonst nichts im Kopf, dann können sie sich das gut merken! Buch und Geschchenke. Schneemann und Buch. Buch. Such. Huhn... Haus. Schäfchen-haus. Haus-frau. Stählchen, Stählchen. Stählchen, Stählchen. Huhn, Huhn! Nein! Huhn war... Achso, ja. Nein, das da und das da. Huhn, Huhn, Huhn. Huhn, Huhn, Huhn. Huhn, Huhn. Scheiße, wir haben weniger... Wieso haben wir mehr? Das war eben nur 67. Das war doch grad viel schlechter. Na fein, das hat doch noch ein paar Pünktchen dazugegeben. Was ist denn so? Oh, egal. Ja, wir lassen uns jetzt dabei. Memory ist immer wieder ein schönes Spiel. Jetzt habe ich meine Zeit lang immer mit mir selber gespielt, als ich keinen Computer benutzt habe. Ja, ähm... Egal. Okay, cool. In Ordnung. Dann sagen wir einen schönen 9. Dezember und... Bis zum nächsten Mal. Also bis morgen. Bis morgen, genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch.